Herzlich Willkommen zum ersten Türchen von einem der kleine Drexler Drexel Adventskalender. Der einzige Adventskalender auf YouTube mit dem Original Quietsch beim Öffnen. Endlich ist es soweit. Der Adventskalender geht los. Aber für einen Adventskalender mit Quietschenden Türchen braucht man natürlich auch ein quietschendes Türchen. Und weil das halt so wichtig ist für einen Adventskalender, zeige ich euch heute am 1. Dezember, wie ich das quietschende Türchen gemacht habe. Das Ganze soll eine Art Tafel werden. Dann da außenrum ein Rahmen und vorne ein Türchen. Und hinten, die Tafel mache ich hier einfach aus so einer Art Multiplex. Das ist so ein ganz billiges Verpackungszeug. Aber dafür ist das optimal geeignet. Das ist so ein ganzes Einführungszeug. Musik 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 Jetzt tun wir noch für das Türchen ein Griffdrechseln. Musik 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 in den ersten Tag vom Drechsler Adventskalender. Und wenn es euch interessiert, was es hier mit dem Klotz Korschholz und hier den vier Teelichthüllen auf sich hat, dann morgen unbedingt wieder zum neuen Video einschalten, weil da werdet ihr das Ganze ganz genau sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.